Am nächsten Tag blieb uns also nichts anderes übrig, als den Lämmergirls zu beweisen, dass wir es auch voll drauf haben. Du weißt schon, dass man so nicht eiskitzlaufen geht? Äh, eiskalt? Ähm, egal. Hauptsache, wir zeigen der blöden Kuh, dass wir das auch können. Ich frage mich sowieso, wie die mit ihrer hochnäsigen Nase aufs Eis gucken kann. Also, wir müssen nur die Schlittschuhe 180 Grad parallel zueinander stellen. Die Bewegung der Schlittschuhe über das Eis erzeugt Reibungswärme. Dadurch entsteht ein dünner Wasserfilm, auf dem man dann wie von selbst gleitet. Zeig ich doch, voll easy. Das gibt's ja nicht. Ein Pavian-Chauffeur. Mach ein Foto. Und? Wir... Gerhard's Berenike von Bödecker. Größe? 1,40. Schuhgröße? 34. 35. 36,5. Gibt's nicht was Schickeres? Glitzer oder sowas? Nö. 35. 35. 36. 37. 49. Untertitelung des ZDF, 2020